Perfekte Tage mit dem neuen Reiseführer-Highlight. Das ist Alex. Meistens ist er schwer beschäftigt. Zum Glück verreist er bald mit seiner Freundin Lena nach New York. Im Alltagsstress kommt er mit der Urlaubsplanung allerdings kaum voran. In einer Buchhandlung fällt ihm ein völlig neuer Reiseführer auf, der ihm jede Arbeit abnimmt. Alex ist begeistert. Die Top Ten zeigen ihm alle Highlights auf einen Blick. Er sieht genau, was Lena und er nicht verpassen sollten. Ideal? Genau diese Highlights können Sie in inspirierenden Tagesvorschlägen erleben. So wird jeder Urlaubstag perfekt. Mit dem neuen Reiseführer in der Tasche eilt Alex gleich zu Lena. Sie ist überrascht, wie gut er sich schon auskennt und freut sich auf eine Reise, bei der Sie alles Wichtige sehen, aber fast nichts vorbereiten müssen. Ganz besonders gefallen Ihnen die detaillierten Informationen zu den interessantesten Sehenswürdigkeiten. Gemeinsam schauen Sie sich die 3D-Grafiken an. Und durch die Tipps für ein authentisches Erleben fühlen Sie sich schon jetzt wie echte Einheimische. Die Vorfreude steigt. Alex und Lena müssen nur noch packen. Und die Reise beginnt. Aber welches Reiseführer-Highlight haben die beiden denn nun entdeckt? Den neuen Baydecker Smart. Der Reiseführer ist perfekt für alle, die wenig Zeit haben, aber nichts verpassen wollen. Die es praktisch und schnell lieben, zum Wesentlichen aber gerne mehr wissen und ihr Reiseziel authentisch erleben möchten. Baydecker Smart. Einfach clever reisen.